ich hab bereit geklickt wir bleiben da auf 65 irgendwie kann diese angabe nicht stimmen spieler in der nähe 300 aber weltweit sitzt 225 ist ja auch egal schade dass die alten eigentlich schon besetzt sind dort richtig so in den alten mal so einen kampf haben ich bin mal gespannt was noch für maps kommen weil ich denke hier wird es noch einige maps geben alle punkte hätte ich jetzt so gesagt aber dann haben wir ja immer nur grün zu rot und grün zu lila ja mehr gegner gibt es nicht naja doch lila zu rot noch die punkt aber das sind wir nicht ja aber die punkte wird es halt auch gerne sehen ich habe bis jetzt nur drei oder vier unterschiedliche maps gehabt ich würde gerne mal dort oben siehst du dort oben diese insel zur hälfte rot zur hälfte grün ist ja da würde ich gerne kämpfen wollen oder daneben im wasser kutor ein ja das hört sich echt sowjetisch an weil man das könnte ecke polen sein oder tschechien die tschechens und das ist das ist noch weiter drüben weiß russland und so ich müsste vielleicht mal anfangen wieder diese mini-quests nebenbei zu machen beachte ich schon ich achte dort auch gar nicht mehr drauf ich glaube die bringen ja sowieso nur xp kein geld äh ne du kriegst aber wieder punkte das level aufsteigst luft waff luft waff eres ok inseln ruht mir knacken sind was liest du denn da bitteschön die stadt sind unten links von uns ruht mir knacken sind ja wir sind in tschechien doch könnte tschechei oder russland sein uns schon beten russland noch nicht aber tschechien kann sein ach ja komm ich spawne im auto ach man wieso spawne ich laufe hinter dir her und du spawnt zwei ich gehe wieder zu meiner kirche eiskalt die ist meine die map kennen wir schon was macht denn der du hier ok hier sind bei u2 auf jeden fall feinde wow da hat irgendwas großes gerade explodiert krachbumm gemacht wir haben hier nen panzer irgendwo ja der gehört zu uns sogar ich weiß und ich bin gleich tot hab ein werde beschossen und oh der panzer ist down hey kannst du mir mal kurz helfen hier naja wo bist du denn kapete unser lieblingspunkt häh da komm ich gar nicht so schnell hin ich bin bei nur zwei ich bin schon ich bin schon gekillt ach man ach von dem panzer wurde ich auch noch gekillt ja Pfeile kommen auch mit Panzer das liegt das liegt wahrscheinlich darin dass ich jetzt level 4 nicht mehr 3 bin weiter ja alter ich mache die ganze zeit nur unterstützungskills ernsthaft wie gesagt kommen wir mit zu der kapette wenn du es da hast Ich stehe hier gerade oben im Haus und unter uns war ein Panzer. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Die kommen hier mit Panzer an. Nein, ich verstehe. Wow. Egal, ich lasse die Kapelle. Ade Kapelle, ich hab dich eingenommen, das weiß ich nicht. Das wäre fast der dritte gewesen. Alter, in der Mitte geht's ja ab. Ist da jetzt ein Panzer drin? Nö, ich sitz drauf. Na, ich auch. Jetzt bin ich runter. Das ist mir gerade ein bisschen zu nah mit dem Panzer hier. Zu laut oder zu nah? Zu nah. Zu nah. Zu der Stadt. Und da qualmt der schon. Das ist ein anderes Fahrzeug. Das ist ein anderes Fahrzeug. Wer war das? Du Arsch! Oh fuck! 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 Wer hat mit den Dive getroffen? Oh fuck! Einer der Feinde, die hier ankommen! Schon wieder! Von wo? Oh fuck! Ich hasse solche Un... Ich hasse sowas! Das ist viel zu unübersichtlich! Ich geh wieder zu meiner Kapelle. Ich seh da einfach. Das war auch eine eene, hergestrickte Fläche. Was? Wie ich schon wieder drei Tote habe. Kann doch nicht dann gehen. Panzer in der Mitte. Dann gehen die wieder in die Mitte. Und die rennen alle zur Kirche. Was? Ernsthaft? Ja! Eins, zwei, schieß die jetzt nicht ab. Drei. Du Arsch! Ich hab einen angeschossen. Das reicht. Da kommt der vierte. Ja. Kein Problem. Drei von vier sind schon tot. Hm. Der Panzer. Der Panzer steht in der Mitte. Oh, ich bin auch tot. Alter! Ich seh die durch dieses Gestrimm teilweise gar nicht. Hm. Ah, man, man, man. Warum spawnt man eigentlich immer dahinten? Bei Battlefield und COD war es ja so, dass du auch mal dort gespawnt bist, was du eingenommen hast. Ja, ich glaub, das machen sie hier, weil sonst kann man sich dort echt gut vercampen. Oh, bei ESC sehe ich nichts mehr. Okay, ich hab alle Aufgaben erledigt. Okay, ich hab alle Aufgaben erledigt. Ach du Scheiße. Die Handfeuerwaffe, wenn du mit der anvisierst, das sieht ja mal richtig kacke aus. Hast du mit der noch nie geschossen? Oh-oh. 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 Ich bin bei der Kapelle eben auch. Ich bin bei... äh... nicht hier. Bei O3. Ich bin auf der ganz anderen Seite. keine chance 4 die leute sind in der kapelle drin die katte vergessen die kapelle kannst du vergessen die sind aber gut organisiert die greifen mal dort mal dort an nicht unterschiedlich irgendwie traurig wir haben ganze 43 punkte hast du und ich habe 54 punkte doch das ist nicht traurig ich finde das momentan so eigentlich angemessen ich muss ja erstmal richtig ins spiel reinkommen das ist der erste tag wo ich halt so richtig aktiv das spiel gerade zocke so nächster die wollten von hinten angreifen die schweine oh wow ich höre es nur explodieren ich höre es halt nur explodieren ha okay das ist so kacke diese dinger ein neisser grafik fehler was hast du für ein grafik fehler eigentlich beide sind letzter und vorletzter oh 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 die rennt zu o3 ja o3 ja ich bin mit meiner kapelle voll und ganz beschäftigt wegen grafik fehler ich habe hier im haus pflanzen drin auch drei verloren ja ja ich beobachte die drei mann vier ok nur noch drei ok nur noch zwei okay so Ich habe eine Panzerfaust. Das könnte man später verleihen. Das Kapelle gesichert, perfekt. Was? Oh, der stand hinter mir, mitten beim Munitionsaufsammeln. Oh, Mann. Oh, schade, Marmelade. Ach du Scheiße, die Kapelle wird gleich von Pantern überrollt. Ja, aber uns gehört momentan alles. Und? Ich will meine Kapelle behalten. Was sind das für Reifen? Was sind diese E-Mail-Reifen? Guck dir mal, wenn du beim Spawner bist, die Reifen vom Traktor an. Alter, das kannst du doch nicht reifen denn? Das sind ja schon Folterwerkzeuge. Ach, Deutschland gewinnt sogar? Oh, hätte ich ehrlich gesagt bei unserer Bilanz nicht gedacht. Wow, ich habe gerade eine neue Waffe eingesammelt für mich. Alter, ich habe nur 127 Punkte und du 113. Ach du Scheiße. Das ist doch nicht so schlimm. Aber es war schön. Kriegt 5 Sterne. Oh. Spielerstufe 4. 5000 Credits. Neuer Kampf. Eindemot halten. K. Dorfscharmützel. Hügel 60. Segemügel. Hügel 60 kenne ich noch nicht. Kutor und Dorfscharmützel. Doch, das kenne ich glaube ich schon. Ähm, okay. Hier. Das ist das. Das ist das. Rangliste. Meine KD. 9-3. Ja, es geht. Also für mich ist das echt gut. Deine 9-7. Ja. Hä? Amorskot? Amorskot? Ach so. Truppenname. Hm. Ne. Deutschland erlangen den Sieg. Hm. Spieler wie Bonus. 5000. Helden. Äh. Palim Palim. 9200 kostet die Granate. So teuer ist die doch gar nicht. Ne, die Granate an sich ist nicht teuer, aber die kostet, ähm, für jede Granate, die du wirfst 1200. Fürs Nachkaufen. Das meine ich. Ach so. Ne, wenn du Nachladen hast. Ich hab das nicht aktiviert mit dem Nachladen. Ne, du musst nachladen irgendwann. Nö. Die Granaten musst du nicht nachladen, wenn du nicht willst. Auch die Waffen zum Beispiel. Du siehst an dein, ähm, schau dir mal deine Waffen im Heldenmenü an. Wie weit ist dein roter Balken? Äh, ja, pfff, etwas hinter der Hälfte. Genau. Und das muss halt eigentlich kontinuierlich repariert werden. Ähm, naja, was ist repariert? Repariert nicht, das ist eher die Munition. Aber da hab ich halt... Ne, die Munition ist was extra. Die Munition musst du unter Munition schauen. Der jeweiligen Waffen. Ja, ich habe mir grad die Waffenwartung offen. Ja, da steht. Äh, Reparatur ist noch gut. Munition ist auch noch gut, ist aber etwas bei 60%. Reparatur ist bei 98%. Hab ich noch Zeit. Genauso wie die Feder und der Feldabzug ist alles über 90%. Da brauch ich überhaupt noch nix machen. Also... No, ich hab da noch Zeit. Wo war denn dieses Reparaturmenü? Ähm, wenn du deine Waffe hast bei Helden, dieses... Ach, doch. Äh, da... Schraubschlüsse oder was das ist. Hier kannst du dir mal anschauen, wie viel das denn kostet so ungefähr. Ähm, 1620 für die Abschusspatrone SS beim Nachfüllen. Das Reparieren würde mich jetzt gerade mal 24 Silbercoins kosten. Na gut, das ist ja nix. Ja. Ich bin bei 98% noch. Das ist hauptsächlich die Munition, die gerade halt ein großes Loch reinreißt. Aber... Wie viel Money hast du denn? 25.000. Ich hab mir bis jetzt ja noch nichts geholt. Ja, ich kann mir auch nix mehr kaufen. Zum Beispiel das... Maschinen... Äh, die Maschinenpistole kann ich mir nicht kaufen. Zu wenig Geld. Ja, würd ich... Ja... Was? Ich bin halt auf das... Wie... Wo ist denn das? Das Sturmgewehr 44 bin ich scharf. Oder auf so ein großkalibriges Maschinengewehr. Ja, dieses Maschinengewehr 13 glaube ich. Nein, wenn dann schon das Maschinengewehr 42. Kostet 217.000. Aber es ist immer noch ein leichtes MG. Haben die hier schwere MGs? Äh, ich glaub nicht, weil du ja nur zu Fuß unterwegs bist. Ah, gut, stimmt. Aber der... Das Reptiergewehr sieht halt auch nicht schlecht aus. Sturmgewehr Flammenwerfer. Pfff, das sieht hässlich aus. Aber gut. Im zweiten Weltkrieg gab's keine schönen Waffen. Äh, hab ich hier irgendwas Neues? Nein. Lackierung... Ich... Oh, ich könnte mich umlackieren. Aber gut. Das war's auch mit der Folge, die ich so meinst schon 21 Minuten lang.